Im Jahr 1894, kaum 16-jährig, kommt Menze noch als Novize nach Brasilien. In Salvador erhält er die Priesterweihe und 1906 treffen wir Frei Hugo in Rio de Janeiro. In der von ihm mitbegründeten und redaktionell geleiteten Zeitschrift Vosses di Petropolis wetterte er gegen die blinde Ungläubigkeit von Juden, Heiden, Franzosen und deutschen Philosophen. Dabei soll es aber nicht bleiben, als der apostolische Verwalter der neu gegründeten Amazonas-Prelatur Santa Rita, der Franziskaner Armando Ballmann 1907 Brasilien durcheilt, um Missionare anzuwerben für seine Amazonas-Prelatur. Da ist Frei Hugo nicht mehr aufzuhalten. Seit 1908 finden wir ihn am Tapachos, einem Nebenfluss des Amazonas, wo er den Kontakt zu den Eingeborenen sucht. Am Pfingstfest 1910, so steht es im Tagebuch der Mission, gelangt er zusammen mit den Mitbrüdern Louis Wand und Chrysostomo Adams in einer abenteuerlichen Reise von 32 Tagen zum Kururu, einem Nebenfluss des oberen Tapachos. Ein paar Tage später kam ihr erster Kontakt mit dem Stamm der Munduruku zustande. Am 9. Juni 1910 nahm der Stammesführer Kadetti Frei Hugo mit in seine kleine Siedlung und dann ging es von einem Dorf zum anderen. Zunächst fanden sie Unterkunft in den Hütten der Indios. Ein Jahr später, am Fest des Heiligen Franziskus, am 4. Oktober 1911, also vor 100 Jahren, bezog die missionarische Gruppe ihr eigenes Haus. Nun gehörten auch drei Ordensschwestern der neu gegründeten Kongregation von der unbefleckten Empfängnis zur Mission am Kururu. Das Franziskusfest von 1911, fast zeitgleich mit der Gründung des Internationalen Instituts für Missionswissenschaftliche Forschung, gilt als Gründungsdatum der Franziskaner Mission vom Kururu. In den Biografien der beiden Akteure vom Jahr 1911 in Münster und am Kururu lief manches synchron. Hugo Menze war nur zwei Jahre jünger als Josef Schmidlin. Der eine kam aus Münster, der andere wurde dorthin berufen. Beide waren Gründer von Zeitschriften, welche die Mission zum Brennpunkt hatten und bis heute existieren. Menze musste 1938 aus Gesundheitsgründen die Mission am Kururu verlassen. Schmidlin wurde 1934 aus politischen Gründen zwangsemeritiert. Beide starben im Jahr 1944. Der eine an den Folgen von Tropenkrankheiten im Franziskaner Konvent von Rio de Janeiro, der andere misshandelt im SS-Sicherungslager Schirmek-Vorbrück. Beider Namen sind festgehalten in Straßenschildern. Hugo Menze Straße in Reda-Wiesenbrück, dem nordrhein-westfälischen Geburtsort Menses und Josef-Schmidlin-Straße im badischen Breisach, wohin Schmidlin sich nach seiner Zwangsemeritierung zurückgezogen hatte. Beide haben die prophetische Mission, die sich dieses Symposium zum Thema gewählt hat, vorbereitet. Wenn sich Hugo Menze und Josef Schmidlin gekannt hätten, wäre es sicherlich zu einem vertieften Austausch zwischen Theorie und Praxis gekommen. Vielleicht hätten sie sogar beschlossen, ein Gastsemester jeweils am Ort des anderen zu verbringen. Doch zurück zur Missionsgründung am Kururu vor 100 Jahren. Im eigenen Haus lief die Mission dann so, wie man das allenthalben in klassischen Missionsberichten nachlesen kann. 20 Jahre später, in einem Pastoralbrief aus dem Jahr 1932, erfasste Bischof Armando Ballmann statistisch Erfolge und Hoffnungen der Mission so. Im Jahr 1930 hielten die Patris der Mission Kururu 294 Predigten in der Sprache der Indius, tauften 87 Kinder und spendeten 87 Mal die Firmung. Sie schlossen 17 Ehen und teilten 11.235 Mal die Kommunion aus, darunter 39 Erstkommunikanten. Auf der Missionsstation gibt es 86 Kinder. In den zwei großen Kollegen leben als interne 17 Jungen und 34 Mädchen. Zum Großteil waren die Eltern an Typhus gestorben. Auch wurden 1528 Medikamente ausgeteilt. Die Mission entwickelt sich sehr gut und gibt Anlass zu den besten Hoffnungen. Genau dies hätte man wohl auch 20 Jahre nach der Gründung des Internationalen Missionsinstituts, der missionswissenschaftlichen Forschung und ebenso über Zeitschrift und Lehrstuhl der Missionswissenschaft sagen können. Sie gaben Anlass zu den besten Hoffnungen. Ein 20-Jähriger ist noch voll großgläubigem Optimismus. Narzissmus und Apologie sind enge Verwandte. Bei einem 100-Jährigen oder bei einer 100-Jährigen, und das ist ja das Alter beider Jubilarinnen, die eine international beachtet, die andere lokal verortet, werden die Worte sparsamer und Hoffnungen sind durchkreuzt von Zweifeln. Aber eine 100-Jährige hat auch gelernt, bei institutionellen Verwerfungen und Wetterleuchten nicht zu verzagen. Aus gelernten Meinungen wurden erfahrenes Bedenken und Vertrauen in die jeweils noch geschenkte Zeit. Darin kommen sich missionarische Praxis und Missionswissenschaft sehr nahe. Aus apologetischer Heidenbekehrung wird verwissenschaftliche Bekehrungstätigkeit unter Nichtchristen und dann später ist die Rede von Dialogpartnern mit heilsrelevanten Religionen. Aus beschlossener Doxa wird offene Episteme, historisch verantworteter Glaube. Davon leben Mission und Missionswissenschaft auch heute, nach 100 Jahren. Erstens Abschied von der Apologie. Ich habe hier fünf Teile. Mal schauen, ob wir das hinkriegen, zeitlich. Abschied von der Apologie. Zweitens Zugang zur Wirklichkeit. Drittens Jesus, der Prophet. Viertens Missionarische Kirche auf den Schultern der Propheten. Und fünftens Prophetische Zeugen. Zu Abschied von der Apologie. Wer aus Lateinamerika kommt und sich auf Prophetie der Mission im Horizont der Menschenwürde einlässt, muss sich häufig gegen einen starken apologetischen Erwartungshorizont durchsetzen. Seit den ersten Schritten der Evangelisierung sei die katholische Kirche aufgrund ihrer Treue zum Geiste Christi eine unermüdliche Verteidigerin der Indios gewesen, heißt es da. Das Schlussdokument der vierten Generalversammlung der Bischöfe in Santo Domingo weiß es ganz genau, wenn es da spricht, von den Anprangerungen und der Ungerechtigkeiten, die Montesinos, Las Casas, Cordoba und andere Propheten geleistet hätten. Wie ein Schrei sei es zu einer Gesetzgebung dann gekommen, aufgrund dieser Propheten, die auf der Anerkennung der menschlichen Person bestanden hätte. Das christliche Gewissen, so im Dokument von Puebla, kann mit prophetischem Nachdruck in diesem Lehrstuhl für Würde und Freiheit, der in der Universität von Salamanca die Schule von Francisco de Vittoria war, zum Ausdruck. Wer näher nachfragt, kann auch ganz andere Dinge erfahren. Am 16. März 1912 wurde eben dieser Dominikaner Montesinos von seinem Provinzial ein Bußschweigen auferlegt, von dem er sich offensichtlich nie mehr erholt hat. Man hört nichts mehr in der Geschichte von ihm. Und als es darum ging, während der vierten Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe in Santo Domingo einen Bußgottesdienst eben zum Andenken an diesen Antonio Montesinos zu feiern, dann mussten die Bischöfe Erwin Kreutler und Josef Maria Pires unter konspirativen Bedingungen die offizielle Blockade der Konferenz durchbrechen, um diesen Gedenkgottesdienst unter freiem Himmel am Fuß des Denkmals des Dominikaners zu feiern. Im April 1979, und jetzt frage ich natürlich, wie war das mit Oscar Romero, unserem Propheten? Im April 1979 hatte Oscar Romero nach einer Audienz bei Johannes Paul II. in sein Tagebuch geschrieben, dass der Papst über die Möglichkeit seiner Absetzung durch einen apostolischen Administrator gesprochen habe. Was war da geschehen? In drei kurzen Jahren in Salvador waren sechs Priester der Diözese Romeros ermordet worden. Am 24. März 1980 wurde er selbst während einer sonntäglichen Eucharistiefeier erschossen. Er steht für die Treue zum Evangelium anderer Martyrer, der in den letzten 50 Jahren seit der Konziliarenbewegung das Zweite Konzil hervorgebracht hat. Er steht für Enrique Angelelli, Bischof von La Royac in Argentinien, der 76 wegen seines Einsatzes für die Armen umgebracht wurde. Für Juan Girardi, Märtyrer eines vierbändigen Berichts über die Gräueltaten der Militärs in Guatemala 1998, für die in San Salvador 89 zusammen mit der Haushälterin ermordeten sechs Jesuiten der katholischen Universität, für Rudolf Lunkenbein, den Salesianer aus Bamberg und seinen indigenen Beschützer Simon Bororo, die beide 1976 ermordet wurden, als die Landvermessung der Bororos abgeschlossen werden sollte. Von Leonidas Proaño Ecuador, von Helda Kamara, Paolo Ahrens, Erwin Kräutler Brasilien, angefochten von Staat und Kirche, sind ähnliche Biografien bekannt. Auch die kirchliche Loyalität des Bischofs von San Cristobal de las Casas, Samuel Ruiz Garcia und seiner Nachfolge, wurde immer wieder in Zweifel gezogen und ihr Projekt einer Kirche mit autochtonen Ämterstrukturen und indigener Theologie in den Vorhof der Heiden abgeschoben. Max Weber erleichtert es uns, diese Dinge zu nehmen, wie sie sind, wenn er darauf hinweist, dass prophetische Praxis nie den Normalfall einer Großkirche darstellt. Es gab wohl immer Propheten in der Kirche, nie aber eine prophetische Kirche. Das sollte man dann aber auch nachträglich nicht behaupten. 2. Zugang zur Wirklichkeit Prophetie nimmt die Kirche öffentlich beim Wort, weist sie auf blinde Flecken in der Realitätswahrnehmung hin und auf Wunden, deren Heilungsprozess schmerzliche, systemische Veränderungen mit sich bringen müsste, um dem weit verbreiteten Gefühl, dass etwas nicht stimmt, gegenzusteuern. Mimetische Eventkultur und fundamentalistische Splittergruppen sind Symptome dieser Unstimmigkeit und kein Heilmittel für den statistisch messbaren Rückgang an Kirchenbesuchern und Spendenaufkommen. In seiner Ansprache zu Beginn der 5. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik am 13. Mai 2007 erläuterte Papst Benedikt die Kritik des römischen Sektors am Stellenwert der Realitätsanalyse in offiziellen Dokumenten der lateinamerikanischen Ortskirche. In Santo Domingo bei der Kompilation des Schlussdokuments der 4. Generalversammlung, also 10, 20 Jahre vorher, wurde die schon erprobte Methode von Sehen, Urteilen, Handeln durch einen nächtlichen und von den Delegierten der Generalkonferenz nicht autorisierten Eingriff in den schon approbierten Text umgestellt. Trotz dieses Eingriffs waren wohl Kardinal Sodano, Staatssekretär des Vatikans und einer der drei Präsidenten der 4. Generalversammlung von Santo Domingo. Seither beginnen kirchliche Dokumente mehr und mehr mit einer dogmatischen Plattform, von der aus dann auf die soziopolitische Wirklichkeit quasi herabgeschaut wird. Diese veränderte methodologische Vorgehensweise, mit der die Priorität des Glaubens vor soziologischen Daten garantiert werden soll, zielte ab auf neue theologisch-pastorale Optionen. Zu den strittigen Punkten der Priorität zwischen Glaubensbekenntnis und Sozialanalyse hat sich Papst Benediktin Aparasida wie folgt geäußert. Ich fasse das etwas zusammen. Er sagte, ja, ihr wollt immer mit der Realität anfangen, ja das ist schon ganz gut, das kann man schon machen mit der Realität, aber was ist diese Realität? Was ist wirklich die Wirklichkeit? Ist das nur das materielle, wirtschaftliche, politische oder geht es da auch um Gott? Wer Gott aus dem Blickfeld ausschließt, verwälscht den Begriff Wirklichkeit und kann infolgedessen nur auf Irrwegen ändern und zerstörerischen Rezepten unterliegen. Obwohl es sich bei dieser Sichtweise der Realität doch eigentlich um die Vermischung einer theologischen mit einer soziologischen Realitätsebene handelt, so sind, beide Ebenen doch in ein Beziehungsnetz verflochten, das es ermöglicht, jedenfalls in einer kontextuellen Theologie, welche um Inkarnation, Kreuz und Inkulturation keinen unzulässigen Bogen schlägt, die beiden eben durchaus zusammenzudenken, unvermischt und ungetrennt. Nach der theologischen Lesart der Realität ist dann der Papst in Aparisida seiner Eröffnungssprache auf die Option für die Armen eingegangen und hat sie christologisch verankert, also man braucht nicht unbedingt auf die Befreiungstheologie zurückzukommen, um für die Armen zu optieren. Wir haben uns darüber gefreut, das ist ja sehr gut und war ganz in unserem Interesse. Die Gedankenkette verläuft etwa so, Gott gehört in der Analyse der Realität hinein, nur wer Gott kennt, kennt die Wirklichkeit und kann angemessen und wirklich auf menschliche Weise auf diese Wirklichkeit hin antworten. Wer aber kennt Gott? fragt der Papst. Wir kennen Gott in und durch Christus und dieser Jesus Messias, so der Papst, gibt sich uns vor allem in seiner Person, in seinem Leben und seiner Lehre durch das Wort Gottes zu erkennen. Es ist das Wort Gottes, das sich in ihm klein gemacht hat und ein menschliches Gesicht angenommen hat, damit Gottes Wort in ihm nicht nur gehört, sondern auch gesehen werden kann. Wenn wir dieses Wort Gottes richtig, das heißt in seinem historischen Kontext, hören und uns dabei über die verschiedenen analytischen Ebenen von Soziologie und Theologie im Klaren sind, dann braucht das der Wirklichkeitsanalyse vorangestellte christologische Bekenntnis nicht in das Messer einer unsauberen Methodenvermischung zu laufen. Allerdings besteht die Gefahr, dass die christologische Glaubensprämisse durch die Formelhaftigkeit ständiger Wiederholung bei allen Texten, die wir jetzt formulieren, dass das leicht zu einer einschläfernden Pflichtübung und Worthülse wird. Drittens, Jesus der Prophet, ich muss das etwas bündeln, die Prophetie der Mission führt uns zum Propheten Jesus von Nazareth. Im Glauben der frühen Kirche, so wie in den Schriften, kommt sie zum Auszug, ist Jesus der Messias nicht nur der Horizont alttestamentlicher Prophetie, sondern auch ihre Erfüllung. Durch das Wort des geistbegabten Simeon begegnet uns schon am Anfang der Sendung Jesu das Ganze seiner messianischen Aufgabe. Er wird Gottesknecht und Friedensfürst sein, Licht zur Offenbarung für die Heiden und Verherrlichung Israels. Das Heil wird vor allen Völkern und schließlich für alle Völker verkündet, so wie es bei Isaias vorhergesagt ist. Bei der Prophetie nach Jesus Christus und in seiner Nachfolge und darum geht es ja, wenn wir hier von Mission und Prophetie sprechen, da geht es einerseits um Vertiefung und Kontextualisierung seiner Kritik und um Diagnose der Gegenwart, um Reinterpretation der von ihm vorhergesagten eschatologischen Zukunft, andererseits aber um Widerspruch zu falschen Traditionen, zu verstocktem Zeitgeist, zu modischer Anpassung und systemischer Einordnung. Schließlich geht es um prophetische Tempel- und Opferkritik, die beispielsweise in der Erzählung vom barmherzigen Samariter zum Ausdruck kommt. Das ewige Leben wird nicht durch den Tempel und seine Opfer, an denen der Samariter nicht teilnehmen durfte, gewährleistet, sondern durch tatkräftige Hilfe an denen, die unter die Räuber gefallen sind. Hier steht Jesus in einer langen, prophetischen Tradition, welche den Widerspruch zwischen frommer Opferpraxis und sozialer Ungerechtigkeit gegeißelt hat. Die fundamentale Botschaft der Prophetie Jesu ist das Reich Gottes, sagt uns Joseph Complain, der selbst eine prophetische Biografie hat. Die gesellschaftskritische Relevanz der Mission findet ihre soziale Entfaltung in der Verkündigung des Reiches Gottes als Befreiung von der Knechtschaft der Korruption, als Praxis der größeren Liebe und größeren Gerechtigkeit, die uns im ethischen Grundgesetz der Seligpreisungen und im Testament der Abschiedsrede Jesu aufgetragen sind. Mit der Verkündigung des Reiches Gottes an die Armen in der Synagoge von Nazareth tritt Jesus erstmals öffentlich auf. Seine Option für die Armen steht am Anfang seiner Sendung. Sie ist das fundamentale Zeichen des Widerspruchs seiner Sendung, sein gegenkultureller Einspruch im Konfliktfeld sozialer Spannungen. Die frohe Botschaft für die Armen und anderen und die Predigt vom Reich Gottes sind der theologische Ort der Anerkennung, der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnt, wie sie in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vorgesehen ist. Das theologische Fundament dieser Predigt ist die Gottesebenbildlichkeit aller Menschen und ihre Gotteskindschaft, also ihre Kreatürlichkeit. Mit der Gottesebenbildlichkeit ist die Unverletzlichkeit der Person verbunden und mit der Kreatürlichkeit die Gleichheit aller. Diese Begründung ist heute nicht mehr universal zustimmungsfähig, weil sie ja zu einem partikularen Überzeugungssystem gehört. Nach dem Verlust eines verallgemeinerungsfähigen Gottesbegriffs durch die Aufklärung konnte das dadurch verlorengegangene Abhängigkeits- und Ursprungsverhältnis des Menschen und seiner Würde von Gott in den Begriff der Natur übergeführt werden. Den Anspruch von Universalität, das heißt von gesellschaftlicher Allgemein- und Offenbarungswissen, sondern nur durch einleuchtende soziale Relevanz und Solidarität mit den Gesellschaft benachteiligten Beanspruchern. Nicht nur um diesen Anspruch zu genügen, sondern aufgrund unseres missionarischen Selbstverständnisses in der Nachfolge des Propheten aus Nazareth können wir den Orientierungshorizont missionarischer Solidarität mit Kampf um Anerkennung von Menschenwürde und Gleichheit aller umschreiben. Menschenwürde als Wert verlangt zu ihrer Verwirklichung nach der normativen Regeln der Menschenrechte ist diesen aber und allem Kampf um Anerkennung und aller positiven Gesetzgebung vorgelagert. Punkt vier, missionarische Kirche auf den Schultern der Propheten. Wenn wir von Prophetie als Wesensmerkmal kirchlicher Sendung sprechen, so will dies sagen, dass das ganze Werk der Evangelisation in der Nachfolge Jesu von seinem prophetischen Profil geprägt ist. So hat es auch die brasilianische Bischofskonferenz in ihrem Dokument Evangelisierung und prophetische Mission der Kirche aus dem Jahr 205 verstanden, wenn es da heißt, evangelisieren ist eine eminent prophetische Aktion oder an anderer Stelle die prophetische Dimension ist wesentlich für die evangelisierende Mission der Kirche. Wie können wir dies verstehen? Inmitten eines unlösbar erscheinenden Knotens, in dem die Fäden von ungerechten Strukturen, verweigerter Anerkennung der Menschenwürde und persönlicher Schuld zusammenlaufen, hat Mission die Aufgabe, daran zu erinnern, dass es am Anfang nicht so war und es am Ende nicht so sein wird. Die Zeit der prophetischen Mission ist Erinnerung und Verheißung in einer Zwischenzeit, in der missionarische Relevanz sich dadurch erweist, dass sie für ein anderes Leben aller glaubwürdig einsteht. In dieser Zwischenzeit wird die eschatologische Zukunft in Jesus Christus wie ein Keil in die Gegenwart hineingetrieben, weil Gott unsere Gerechtigkeit sich geoffenbart hat, unter uns wohnt und uns Maßstäbe für ein sinnvolles Leben gegeben hat. Missionarische Präsenz legt Sinnspuren in die Welt, die auf die Möglichkeit und Anziehungskraft eines ganz konkret anderen Lebens verweisen. Die Verkündigung dieses durch Gottes Wort verbürgte neue Leben und seine zeichenhafte Realisierung ist die grundlegend missionarische Aufgabe. In Geschichte und Gegenwart der Kirche gibt es zwei sehr unterschiedliche Sektoren. Der eine ist es zufrieden, wenn es ihm gelingt, das größere Übel zu vermeiden und dadurch Leben zu retten, wenn auch unter unwürdigen Bedingungen. So hat sich beispielsweise Mission mit den Kolonialmächten verbunden, um dadurch das vermeintlich größere Übel des Paganismus und sofortige Ausrettung der Indicheners zu verhindern. Dabei hat sie dem jeweiligen System mildernde Umstände zugebilligt, hat versucht die Schmerzen der Betroffenen zu lindern und den Armen und anderen den ethischen Rigorismus des Widerstands auszureden. Der andere Sektor stellt systemische Verflochtenheit radikal in Frage, setzt dadurch Leben aufs Spiel, aber längerfristig begünstigt er doch neue Strukturen und Lebensbedingungen für alle. So kann Mission systemkritisch die Maxime des Guten und Rechten Lebens prophetisch verkünden. Das Fürstenportal des Doms von Bamberg, das die zwölf Apostel auf den Schultern der 12 Propheten zeigt, deutet darauf hin, dass das kirchliche Amt stets wissen muss, dass es ohne das prophetische Fundament kurzsichtig wäre. In einer Gesellschaft konformistischer Anpassung an Wettbewerb und Konsum hat Prophetie eminent politische und lebenspraktische Bezugspunkte. Dieser prophetische Horizont entfaltet sich nicht nur in richtender Anklage, sondern auch in Aszese, als kontrakulturelle Dimension der Konsumverweigerung, als Gratuität, als Notbremse eines in rasender Geschwindigkeit auf den ökologischen Abgrund zusteuernden Entwicklungsprojekts. Der Kampf um das gute Leben aller als missionarische Aufgabe ist ein Kampf nicht nur um Umverteilung der Güter, sondern auch um ihre Herstellung in neuen, menschenfreundlichen und dem Schöpfungsprojekt entsprechenden Produktionsverhältnissen, um ihren rechten Gebrauch und um gegenseitige Anerkennung. Mission ruft in eine Welt, die unter dem Diktat der Kosten-Nutzen-Rechnung steht hinein, dass Erlösung aus Gnade geschieht, das heißt durch die Gabe, welche unsere nicht-symmetrische Gottesbeziehung aufhebt, in jenem neuen Bund des Friedens, für den wir Weltverantwortung übernehmen. In allen Zeiten haben prophetische Zeugen der Gerechtigkeit in der Kirche, manchmal auch gegen sie, in Knechtsgestalt, dafür gestritten, dass die anderen die armen erhobenen Hauptes eben diese Knechtsgestalt verweigern können. Fünftens die prophetischen Zeugen, prophetische Zeugen. Zeugen der Gerechtigkeit kommen aus der großen Drangsal, in der Ideologien versagen. Sie stehen für die Glaubwürdigkeit einer letzten Gerechtigkeit des Widerstands und der Insurrektion, für die Gerechtigkeit der Auferstehung. Nach einem langen Weg von 100 Jahren treffen sich Kuroro und Münster in der kleinen missiologischen und missionarischen Prophetie ihrer Zeugen. Es hat sich gelohnt, sagen sie, aus der Welt der mühselig beladen heraus Sturm zu läuten, für eine andere Welt. Sie werden den ekklesialen Exodus nicht abstoppen, aber sie unterbrechen, was viel wichtiger ist, die Abwanderung von Glaubwürdigkeit durch Relevanz für die mühselig beladenen und Kohärenz vor dem Wort Gottes. Ich habe fünf Personen hier erwähnt, Schwester Arimathea. Bei diesen prophetischen Zeugen denke ich an die Nachfahren des Hugo Menze vom Kuroro, an jenes Bündnis von Franziskanerinnen und Franziskanern, das wir vor zehn Jahren geschlossen haben, die Allianza Franzisklariana, um eine immer kleiner werdende missionarische Präsenz, eine kleine Prophetie durchzuhalten, heute. Sie soll es dem Stamm der Munduruku inmitten von Goldschürfen und geplanten Wasserstaudämmen ermöglichen, ihren Widerstand zu organisieren und ihre Stimme wieder Halt zu geben. Bei einem dieser Treffen der Allianza Franzisklariana hörten wir den Lebensbericht von Schwester Arimathea, die 43 Jahre bei dem Stamm der Munduruku gelebt hat. Schwester Arimathea erzählt darin viele Beispiele von Hingabe, Nachfolge, Inkulturation und Solidarität, ohne diese Worte je in den Mund zu nehmen. Wir gingen mit den Indio-Frauen aufs Feld, pflanzten Reis und Mais und Maniokwurzeln. Das Schwesternhaus war zugleich ein Waisenhaus. Ich war sehr glücklich. Wir hatten eine große Freundschaft. Wir waren die vertrauten der Mädchen. Alles, was sie auf dem Herzen hatten, besprachen sie mit uns. Am Anfang fehlte alles, aber auch alles. Es gab keine Bote, keine Medikamente. Einmal, als Schwester Arimathea angeklagt wurde, dass sie die Munduruku gegen die Regierung aufgehetzt habe, empfingen die Eingeborenen die Politiker in Kriegsbemalung. Da liefen die Politiker fluchtartig davon. Schwester, hat dir das gefallen, wie wir die davon gejagt haben? fragte der Häuptling unschuldig. Dann erzählte Schwester Arimathea von Freangelico. Er habe immer seine Lehrsätze gesungen. Von Weite hörte man schon seine Stimme. Er war ein Heiliger, sagt sie. Als er von der Mission wehging, sagte er über die Munduruku. Ach, was seid ihr doch für gute Menschen. Nie habe ich dergleichen gesehen. Und jetzt der zweite Zeuge Luis Capio. Zur Weihnachtszeit im Jahr 2007, zu einer Zeit über voller Taschen und Tische, da hat ein sogenannter Hungerstreik des Franziskanerbischofs Luis Capio die allgemeine Konsumfreude gestört. Viele haben ihn gefragt, warum bist du gekommen, um uns zu stören? Hungerstreik ist Sünde, erklärte der Nunzius. Hungerstreik ist undemokratisch, jammerte die Regierung. Bis heute ist nicht entschieden, ob das Verhalten des Franziskanerbischofs der Diözese Barra, das der Umleitung des Flusses San Francisco ein alternatives Projekt entgegenstellte, ob es ein Hungerstreik war oder eine adventliche Fastenzeit von 23 Tagen. Kirche und Staat fühlten sich gestört und suchten nach honorigen Lösungen. Im Grunde standen zwei Projekte auf dem Spiel. Das Agro-Business durch Umleitung des Flusses zum Industriezentrum Fortaleza und das Zusammenleben mit dem Fluss und mit den von Regenwasser gefüllten Zisternen. Für die Armen und die Indios, die durch die Abzapfung des Wassers geschädigt werden, war er zum Äußersten bereit, ist ihnen zu einer Ikone der Hoffnung und seinem Zeichen der größeren Gerechtigkeit geworden. Pedro Casaldaligas, dritter Zeuge. Zwischen den Jahren 1971 und 2005 war er Bischof in der Prelatur San Felix du Araguaia in Mato Grosso. Während der Militärdiktatur erhielt Tom Pedro viele Todesdrohungen. Am 12. Oktober 1976 wurde er auf einem Pastoralbesuch in Ribera Bonito von der Folter zweier Frauen im Gefängnis unterrichtet. Mit dem Jesuiten Pater Schwambosco Burnier ging er sofort zur Polizeistation. Pater Burnier, den der Polizeibeamte irrtümlich für den Bischof hielt, drohte die Sache öffentlich zu denunzieren. Da fiel der Polizeibeamte über den Priester her und erschoss ihn. Nach der Totenmesse gingen die Leute zur Polizeistation und machten sie dem Erdboden gleich. Heute befindet sich auch die Kirche der Martyrer. Wir verdanken Bischof Pedro, Mitbegründer des Siemens und der Bodenpastoral, sehr viel an politischer Klarheit, mystischer Tiefe, Treue zum Evangelium und Menschenfreundlichkeit. Solche Menschen gibt es nur einmal in jedem Jahrhundert. Schwester Genoveva Schwester Genoveva, die vierte Zeugin, von den kleinen Schwestern des Charles de Foucault, lebt seit 1952 mit dem Tapirapé, einem eingeborenen Stamm, der durch Epidemien, Verfolgung und Ausbeutung auf 50 Überlebende zusammengeschrumpft war. Sie arbeiteten als Knechte auf den Latifundien, die einmal ihr eigenes Land waren. Durch die Präsenz der Schwester Genoveva und der anderen erhielt der Stamm wieder ein geografisches Zentrum. Sie eroberten ihr Land zurück, betrieben Ackerbau, wuchsen an Zahl. Die Arbeit der kleinen Schwestern war für uns im Missionsrat für die Eingeborenen, der ja erst 20 Jahre später gegründet wurde, ein großes Vorbild. Und ging es doch in ihrer Mission vordringlich um inkulturierte Präsenz und nicht mehr wie früher um Supervision, um Seelenrettung, um Heidenbekehrung. Auf die Frage, was sie von der Tapirapé gelernt habe, sagte Schwester Genoveva, wir haben gelernt, in Gemeinschaft zu leben und nichts mehr für uns zu haben. Das gemeinschaftliche Leben bei den Tapirapé war viel radikaler als im Orden. Heute gehören 400 Personen zum Stamm. Wenn man Schwester Genoveva ins Antlitz schaut, sieht man tiefe Furchen, in denen der Same des Evangeliums aufgegangen ist. Und schließlich Erwin Kreutler. Bischof Erwin Kreutler hat am 6. Dezember 2010 in Stockholm den alternativen Friedensnobelpreis erhalten. Don Erwin ist Präsident des Eingeborenen Missionsrats und hat sich zeitlebens für die Sache der Indius-Kleinbauern-Minderjährigen über seine Diözese hinaus eingesetzt. Sein Weg nach Stockholm war ein Leidensweg. Im Jahr 83 wurde Kreutler wegen Teilnahme an einer Solidaritätsaktion mit Zuckerrohrpflanzern vom Militärpolizei festgenommen und verprügelt. 87 überlebte er mit schweren Verletzungen einen Mordanschlag. 95 wurde Kreutlers Ordensbruder Hubert Matle am Bischofssitz Altamira ermordet. In seiner Dankesrede in Stockholm hat Don Erwin vor allem zwei Menschen genannt, die ihm besonders nahe standen und ermordet wurden. Ademir Alfeo Frederici, der Dema genannt wurde, und Schwester Dorothee Stang. Dema war Leiter einer kleinen Landgemeinde. Am 23. August 2001 verfasste er ein Dokument, das der Bundespolizei erleichtern sollte, die Landräuber der Gegend dingfest zu machen. Zwei Tage später wurde er ermordet. Im Jahr 2005 wurde Dorothee Stang, die sich 20 Jahre für die Rechte der Kleinbauern an der Transamazonika eingesetzt hatte, ebenfalls umgebracht. Als Kreutler sie zum ersten Mal traf, sagte sie, ich möchte unter den Armen, den Ärmsten der Armen, arbeiten. Seit 2006 lebt Bischof Kreutler wegen ganz konkreter Morddrohungen rund um die Uhr unter Polizeischutz. Ich komme zum letzten Absatz. Solche prophetische Zeugen, Arimathea, Capio, Casaldaliga, Genoveva, Kreutler, sind Wegweiser auf der Straße von Jerusalem nach Jericho. Missionswissenschaft in der Diakonie des Lebens wird sich nicht einem statistisch gefütterten Lamento über die 5 Milliarden Ungetaufter hingeben. Sie wird nicht Prophetie unter vorgehaltener Hand betreiben, wird niemand in den Vorhof der Heiden abschieben. Aber sie wird sich ausliefern, wird Mauern abbrechen und Platz machen für Arme und andere, die aus der großen Drangsal kommen. Sie wird dafür Sorge tragen, dass niemand die abgebrochenen Mauern vermisst und das erstarrte Traditionen nicht die Freude am Leben und die Gerechtigkeit der Auferstehung niederhalten. Missionswissenschaftliche Episteme ermöglicht es, Gerechtigkeit als Notwendigkeit zu erkennen, als alltägliche Möglichkeit umzusetzen, als Gnade zu erfahren und in solidarischer Präsenz glaubwürdig zu leben. Danke. Herr Professor Süß, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns so interessant mit in die Zeit nochmal eingeführt haben. Wir haben jetzt, bevor wir gleich noch eine Pause haben, die Gelegenheit, die beiden Referenten, die bisher vorgetragen haben, nochmal Rückfragen zu stellen, zu dem, was uns vorgestellt worden ist, eigene Gedanken vorzubringen. Und die Zeit, die uns jetzt noch bleibt, ist es uns nicht vermuten, die gehört jetzt erstmal Ihnen. Ja, frag doch mal was. Vielleicht gibt es auch nichts. Damit die beiden Referenten antworten können, wäre es hilfreich, wenn eine Frage gestellt würde? Eine Frage, die mich bewegt hat, ihr habt vielleicht ein Ding, ich darf sie auch direkt antworten an dem, was Sie, Herr Professor Süß, gesagt haben. Wir sprachen davon, Missionswissenschaftliche Welt, die unter dem Diktat von Kosten-Nutzen steht, dass Erlösung aus Gnade geschieht. Sie haben den Utilitarismus unserer Zeit angefangert, der ja wirklich zu den bewegenden Moments unserer Zeit geworden ist. Und setzen den Utilitarismus sofort der Gnade entgegen. Und ich frage mich, sind das tatsächlich Gegensätze, oder ist das eine Idealisierung, wenn wir das Gnade stellen? Müssen wir Utilitarismus Kosten-Nutzen-Analysen als ein Gnade sehen? Oder wäre nicht vielleicht eine Herausforderung, dass wir den Kosten-Nutzen-Gedanken mit der Gnade verbinden, wobei ich nicht wüsste, wie das geht. Ich denke, das sind schon ganz radikale Gegensätze, die Kosten-Nutzen-Strategie, die heute ja das Ganze durchdringt, wie ein Glaubenssatz. So wächst das Evangelium ja nicht unter Kosten-Nutzen-Bedingungen. Manchmal wird das auch an uns herangetragen, ja mit wie viel Geld bekommt ihr wie viel Indianerland frei? So kann man das nicht machen. Da ist wirklich Gnade, ist wirklich das Gegenprinzip zu Kosten-Nutzen-Rechnungen. Wo wir die nicht einbauen, auch in ganz mathematische Kalküls, die ja streckenweise notwendig sind. Da verderben wir uns selber. Da kommt dann immer die Frage, ja was kommt dabei heraus? Was kommt dabei heraus? Das muss berechenbar sein, das muss projizierbar sein. Da muss man Projektionen machen. Wie viel bekehren wir damit und so. Diese ganze Zahlenrechnerei, ich habe so ein bisschen von den 5 Milliarden da, die jammern über die 5 Milliarden, die noch nicht bekehrt sind. Dann können wir wieder eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen und das ausrechnen mit wie viel Geld, wie viel Menschen und so. So funktioniert das Evangelium nicht, das sehen wir immer, es durchkreuzt immer unsere Rechnungen. Du wolltest dazu etwas Besseres sagen. Ja, also, und man muss sich geradezu da erziehen, dazu, dass wir noch irgendwas umsonst machen, dass nicht alles berechnet wird, dass nicht alles, also wenn ich jetzt das mache, auch im Spendengeschäft, dass wir, wenn wir das machen, so, will ich gar nichts dafür. Dass wir, das ist Liebe, will ich gar nichts zurück. Eltern wissen, wie schwierig das ist mit Kindern, da kommt zunächst mal gar nichts zurück. Und so, diese Haltung der Gratuität, dass sie, dass die Gabe, so wie Marcel Maus das beschrieben hat, dass Movens des Stammes wird, so, wir müssen das anpassen. Aber das wäre eine begnadete Kirche, die darüber nachdenkt und das auch streckenweise anwendet. Man kann nicht 24 Stunden am Tag umsonst leben und arbeiten. Ein christliches, ein katholisches Krankenhaus, das sie haben, das hat Ärzte, die bezahlt werden müssen, in der Schule auch, die müssen außer bezahlt werden, also irgendwo muss das ja herkommen. Irgendwie jemand muss es verdient haben. Aber man kann immer dieses Berechnete durchbrechen, so ist ja die Gnade. Das Messianische ist immer das Durchbrechen irgendeiner Routine, einer Agenda, eines Plans, dass da ein Fenster aufgerissen wird, so wie in der Mystik, dass er plötzlich eine Sekunde, den Bruchteil einer Sekunde, eine Erleuchtung hat und die ihn dann weiterträgt, das ganze Leben. So diese Unterbrechung, denn und die Armen, die kleinen Leute, sie kommen immer zur unrechten Zeit, sie unterbrechen uns immer. Stellen Sie sich vor, irgendwelche Schwierigkeiten, ich habe also da sehr schöne Beispiele, da in der Bischofskonferenz, da kommen drei Indios an und der Don Luciano, er ist ja schon gestorben. Er hat sich unterbrechen lassen. Er hat ja wichtige Korrespondenz mit Nunzius und Rom und so weiter, hat sich unterbrechen lassen, hat zum Minister telefoniert, hat sie ins Auto gesetzt, ist da hingefahren. Er hätte sie auf den Amtsweg schicken können. Er hätte sagen können, ja, wir haben da eine Institution, die ist für Indianer zuständig, die werden alles für dich machen. Er hat sich interpellieren lassen und unterbrechen lassen. Das ist Gratuität. Auf der einen Seite ist der Plan, ist alles ausgeheckt, das muss ja auch sein. Auf der anderen Seite die Unterbrechung, die Gratuität. Herzlichen Dank. Ja. Herr Professor Revinius, wie würden Sie die Chance einschätzen, wenn man gegen Friedrichen erfahren müsste, man das dann... Ach, wie Sie es auch geschrieben haben. Und dann sagen Sie, Frau Rüdel, nur Propheten gibt es, in der Kirche gibt es nur Propheten, aber es gibt keine prophetische Kirche. Aber ich habe diese prophetische Kirche gesehen. Denn die Armen in meiner Pfarrei zum Beispiel waren, die Gemeinde, als ich kam, 70 Jahre ohne Priester, jetzt nicht. Ich würde sagen, Gott sei Dank widerspricht jemand dem Max. So, das ist das eine, aber man könnte ja auch sagen, Schmittlin war ja in dieser ganzen Kriegszeit, in der ganzen Kolonialzeit, in den wenigen Jahren bis zum Ende des Kaiserreiches. Was war seine Position über den Kolonialismus? Hat er das nochmal explizit zur Sprache gebracht, oder war er da so... Ich hätte sagen müssen, es gibt keine Propheten in der Institution. Eine Institution ist nie prophetisch. Die Kirche als Institution ist nicht prophetisch. Kirche als Volk Gottes, ja, wenn wir einen weitergefassten Kirchenbegriff haben. Aber als Institution, da ist sie nie prophetisch, weil Prophetie ist ja die Unterbrechung des Institutionellen. Also, ein schönes Schlusswort für unsere erste Einheit. Herzlichen Dank für die beiden, was wir nennen. Herzlichen Dank für die die klimierte Gewalt, also noch sehr beeindruckend.